Herzlich Willkommen zum Basic Video 2 Lass uns gleich mit einem Beispiel beginnen. Der Bergbauer hat 8 Schafe und sein Futtervorrat für die Tiere reicht noch für 9 Wochen. Der Bergbauer kauft für sein Alm noch weitere 4 Schafe. Allerdings kauft er für die Tiere kein zusätzliches Futter. Wie lange reicht der Futtervorrat für die Schafe nun aus? Kannst du ihm dabei behilflich sein? Als erstes müssen wir wieder herausfinden um welche Proportionalität es sich handelt. Dafür verwenden wir wieder unsere beiden Merksätze. Klicke auf Pause und sobald du den richtigen Merksatz hast wieder auf Play. Der passende Merksatz ist der für die indirekte Proportionalität, weil umso mehr Schafe der Bauer hat, umso kürzer reicht der Futtervorrat. Als nächstes müssen wir wieder unsere wichtigen Textstellen markieren. Klicke wieder auf Pause und sobald du die wichtigen Textstellen gefunden hast wieder auf Play. Eine wichtige Textstelle ist, wie der Bauer schon sagt, 8 Schafe und 9 Wochen. Denn der Futtervorrat reicht dafür 9 Wochen bei 8 Schafen. Was könnte noch wichtig sein? Dass 4 weitere Schafe gekauft werden? Also markieren wir 4 weitere Schafe ebenfalls. Was könnte nun gesucht sein? Wie lange der Futtervorrat für 12 Schafe noch reicht? Da wir nun wissen, dass es sich um eine indirekte Proportionalität handelt, können wir wieder eine Tabelle erstellen. Auf der einen Seite tragen wir Schafe und auf der anderen Wochen ein. Bei 8 Schafen reicht der Futtervorrat für 9 Wochen. Somit tragen wir links bei den Schafen eine 8 ein und rechts bei den Wochen eine 9. Nachdem der Bergpaar 4 neue Schafe anschafft, hat er nun 12 Schafe. Wir wollen uns also den Futtervorrat für 12 Schafe berechnen. Klicke auf Pause und sobald du ein Ergebnis hast wieder auf Play. Als erstes überlegen wir uns wieder, wie mit einer Multiplikation oder Division von 8 auf 12 gekommen werden kann. Da es keine einfache Rechnung dafür gibt, machen wir einen Zwischenschritt und berechnen uns, wie lange der Futtervorrat für ein Schaf reicht. Wir dividieren 8 durch 8 und erhalten 1 auf der linken Seite. Es handelt sich um eine indirekte Proportionalität, deshalb wird auf der rechten Seite multipliziert. Denn je weniger Schafe wir haben, desto länger reicht der Futtervorrat. Wir erhalten aus 9 mal 8 72. Der Futtervorrat für ein Schaf reicht also für 72 Wochen. Nun können wir die 1 auf der linken Seite mit 12 multiplizieren. Das ergibt 12 Schafe. Nachdem die Proportionalität ja indirekt ist, muss nun auf der rechten Seite durch 12 dividiert werden. Wir rechnen also 72 dividiert durch 12 und erhalten als Ergebnis 6. Die Lösung lautet somit, der Futtervorrat für 12 Schafe reicht noch für 6 Wochen. Als nächstes versuchen wir gemeinsam zu erkennen, ob die folgenden Verhältnisse eine direkte oder indirekte Proportionalität sind. Besonders hilfreich sind dafür unsere Merksätze. Bei der ersten Aufgabe haben wir Arbeiter und Lohn. Das ist eine direkte Proportionalität, denn je mehr Arbeiter, desto mehr Lohn muss bezahlt werden. Beziehungsweise, je weniger Arbeiter, desto weniger Lohn muss bezahlt werden. Versuche nun selbst zu erkennen, ob die restlichen Beispiele eine direkte oder indirekte Proportionalität sind. Klicke auf Pause und sobald du ein Ergebnis hast, wieder auf Play. Je mehr Pumpen, desto kürzer ist die Füllzeit. Beziehungsweise, je weniger Pumpen, desto länger ist die Füllzeit des Schwimmbeckens. Somit ist es eine indirekte Proportionalität. Je mehr Arbeiter, desto kürzer ist die Arbeitszeit. Beziehungsweise, je weniger Arbeiter, desto länger ist die Arbeitszeit. Somit ist es eine indirekte Proportionalität. Je mehr Schafe, desto kürzer reicht der Futtervorrat. Beziehungsweise, je weniger Schafe, desto länger reicht der Futtervorrat. Wie bei unserem Beispiel zuvor. Somit ist das eine indirekte Proportionalität. Je mehr Gäste kommen, desto mehr Schnitzel muss ich einplanen. Beziehungsweise, je weniger Gäste, desto weniger Schnitzel muss man einplanen. Somit ist es eine direkte Proportionalität. Und je mehr Türen und Fenster wir haben, desto mehr Farbtöpfe benötigen wir. Beziehungsweise, je weniger Türen und Fenster, desto weniger Farbtöpfe. Somit ist das wieder eine direkte Proportionalität. Das Bergbauernbeispiel in diesem Video war schon recht ähnlich, wie das zu Beginn im Intro-Video. Wir werden im nächsten Video, im Mastery, dieses Beispiel gemeinsam lösen. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich schon, dich wiederzusehen.